Hallo, mein Name ist Patrick Mölzl, ich bin ehemaliger Bundesligaspieler, mittlerweile Trainer beim SV Kiran Schöring. Ich stehe hier, weil ich von der Aktion Mind on Kids gehört habe und ich gerne meinen Teil dazu beitragen würde. Ich möchte hiermit alle Leute aufrufen, auch ihren Teil dazu beizutragen, weil mit ganz wenig kann man ganz viel erreichen und ich glaube, Kinder haben es einfach verdient, geholfen zu bekommen. Ich werde auch ein ehemaliges Trikot von mir vom FC Augsburg zur Verfügung stellen, das dann versteigert wird, um nochmal einen kleinen Erlös zu bringen. Vielen Dank und ich zähle auf eure Hilfe.